und herzlich willkommen zur nächsten folge hier fc 25 ultimate team wir gehen hier wieder auf die grundlagen da habe ich schon wieder irgendwas spc gruppe grundlagen 1 jawohl abgeschlossen sehr schön jetzt gehen wir mal 1 zurück aber ich glaube sonst war hier nix bauer ja soweit bin ich noch nicht was braucht denn hier noch kaufe ein profi bietet ein profi an ok profi anbieten wieder ein profi an abrufen so welcher brauche ich denn hier nicht so coco den hier vielleicht erwartet man warten dass noch mal selber mal gucken wie das noch mal funktioniert nicht schnell verkauft preisvergleich achten kann ich gar nicht anbieten was mit mokoko kann stehen anbieten auch nicht charlie chaplin ich weiß es nicht kann ich den irgendwie anbieten und stehen anbieten auch nicht so alles kacke hier ich sag's ja kann ich hier irgendwie auf links gehen transfers genau transfer markt transferliste kandidatenliste so aktiv ok es ist nur die kandidatenliste wo ich meine spieler drauf hab so transfer markt ich bin noch gern was habe ich denn hier jetzt noch ich hab noch irgendwas ja so von eben genau komm ich gucke erst mal hier rein okay okay nix besonderes so ich habe noch 4600 points ifc points hier die kosten 500 die kosten 2000 die kosten 1000 ich weiß nicht sagen wir mal eins öffnen gemischt oder items selten items hier sind acht überall enthält 15 selten davon garantiert 2 mit 82 2 mit 83 davon garantiert 1 mit 80 oder höher kommen wir machen mal hier eins auf hallo pack erhalten so machen wir heute mal eins auf in dieser folge walk out muss doch licht angegangen koppel und herrs dägen oha 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 hat sich gelohnt finde ich sehr schön das hat sich gelohnt guter torwart ederson sogar alle der post sogar bei mir ins team rein wie geil ist das denn das ist was haben wir denn hier noch tue okay damit kann ich mein team auf jeden fall verbrechen knapp oh ja was hab ich denn hier noch so probivall 1 von 3 86 plus selten dann haben wir mal rein und schauen mal, was wir hier bekommen. Ich habe schon wieder Sonnen. Nee, dann brauche ich schon hier nicht mehr. Oedegard oder Lewandowski. Komm, wir holen Lewandowski. So. Gehen wir mal weiter. Wem bekommen wir hier? Cancelo. Oh, Harry Kane. Nee, ich hole Harry Kane. Ich bin ja Bayern-Fan. Harry Kane. Und? Arnold, habe ich den nicht schon? Reiten? Ach komm, Premier League. Hol ich natürlich die Bräune. Ab hier rein. Nein, was mache ich? So, okay. Habe ich schon die ersten 2000 ausgegeben. In der zweiten Folge. So, ein, zwei Tage später. Äh, äh, ich setze das jetzt hinter das andere dran. Äh, äh, ja. Ich habe schon ein paar Ziele noch gemacht. Gut, jetzt hier ist nur noch eins, aber ich habe dadurch Packs bekommen. Die öffnen wir gleich mal. Hier habe ich sogar noch ein Pack bekommen. So. Dann gehen wir mal zum Shop. So, Shop, 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 Shop. Es sind einige. So, äh, okay. Wir öffnen mal am besten erst hier die günstigsten. Kim, Jee, So. Okay. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Oh, Kaiserslautern. Habe ich ein Duplikat. Duplikat. So, nächstes. Premium. So, Torwart. USA. Wen haben wir denn hier? Ach, Klinsmann. Die Klinsmann. Der Sohn vom Jürgen Klinsmann. Okay. Sehr nice. Aber, ich glaube eher nicht, dass ich nicht spielen werde. So, weiter geht's. Henrik Son. Okay. Das sind jetzt so Packs, wo man nichts so tolles zieht. Oh, hier ist der Brücken. Stadion Thema. Ich bin ja nicht weit weg vom Saarland. So, nächstes Packs, Silber. Busio. So. Okay. Weiter geht's. Noch einige Packs da. Columbo. Nicht Columbo aus dem Fernsehen, sondern Columbo. So, weiter geht's. Nächste Silberpack. Cut Series. Ja. Das ist halt Silberpack. So, weiter geht's. Packs, Packs, Packs. Oh, eine Frau. Da könnte das sein. Was kun... C los? Ach du Gott. Okay. So. Duplikat. So, weiter geht's zum Text. So, jetzt kommen wir zum Jumbo-Bronzepack. Okay. Wie haben wir denn hier so? Manche sind ja auch gut was wert. Aber nur manche. Okay. Okay. Zu fein. Nächstes Pack. Weihrauch. Das Patrick Weihrauch. Ne. Simon Weihrauch. Oh, okay. Okay. Oh, der sieht aber aus wie ein Attentäter. Attentäter. Molstein Kiel. Choreo. Doppelt. Dass man am Anfang jetzt schon so viel doppelt hat. Ich hab noch gar nicht viel geöffnet. Robert Navarro. Okay. Nix tolles. Da, boi. Schon wieder hier doppelt. Weiter geht zum Text. Wir kommen ins normalen Silberpack. Belgari. Okay. Oh, Strand. Der Herr Strand. Alles Duplikate. Ja, moin. Nein. Ah. Der war ja nicht Doppelkat. War es das hier, oder? So. Der hier noch so. Zack. Ja, obwohl ich hätte es noch nicht gebraucht. Aber, ja. So. Goldpack. Mit zwölf Items, also Profi und Vereins Items. Schauen wir mal rein. Adams. Den haben wir hinten dran. Hier Luperto. Luperto. Herrera. Hendry. Ja, naja. Okay. Weiter geht's. Noch mal so ein Pack. Harleys. Ich glaube, so krasse Packs habe ich gar nicht in dieser Folge. Außer halt am Anfang das. Martel. Oh, 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 Münzen. Das ist sehr schön. Münzen kann man im Moment gut gebrauchen. Äh, nochmal eins. Kalajcic. Hike. Okay. Weiter geht's. Es sind noch ein paar. Noch mal so eins. Kernidee. Okay. Itakura. Oh, es waren da vier Trikots dabei. Nix. Wir kommen. Einzeltraft Token. Okay. Äh. Ne, zum Verein. Wir freischalten will ich es nicht. Ja, so genau. Äh. Ist denn das hier? Ah, okay. Ich bin manchmal lost. So, okay. Nix tolles. Hier bestimmt auch nicht. So, das haben wir jetzt. Zweimal seltene Gold Profis. Schauen wir mal. Kein Workout. Oh, Deutscher. Bundesliga. Verein, Verein, Verein. Bayern. Das ist knapp, nicht. Knapp. Äh. Und da habe ich noch schon, oder? Prämium Live Profi. Schauen wir mal. Äh. Okay. Sergi Dada. Äh, Dader. So. Dader. Weiter geht's. 75 plus. So, habe ich hier auch irgendwie was. Okay, das sind alles 75 plus. Okay, dann schauen wir mal rein. Kön. So, hier zwei. Kein Workout. Okay. Eine Frau, oder? Die Karl. Karl, die Frau. Hallo Karl. Und Tyram. Oh yeah. Nicht schlecht. So, 75 plus. Zweimal seltene Gold Profis. Schauen wir mal. Auf jeden Fall Mann. Premier League. Chelsea. Fernandes. Defendant. Und Espinot. noch mal eins. Eine Frau. Leila. Huapi. Keine Ahnung. Huapi. Und das letzte Pack in dieser Folge. Feldkampf. Wer ist hinten dran? noch. Wann Bissaka. Oh yeah. Nicht schlecht. Aber ich glaube, da habe ich niemanden. Oh, Renato Sanchez. ist. Ja. Das waren meine Packs. Ich weiß nicht, ob ich... Ich gucke mal. Die abrufen. Schauen wir mal kurz. Ach, hinter mir. Das sieht man jetzt nicht. Aber hier hinter mir ist ja eh nur der Manager. Und hier der. Sehe ich selber nicht. Ähm. Schauen wir mal. Ich will ja Premier League Spieler haben. Schauen wir mal. Ob ich da noch welche habe. Ob Hoden. Mit dem Hoden habe ich noch. Zack. Der ist auch Premier League. Der ist nicht Premier League. Schauen wir mal hier. Machen wir hier Robertson noch hin. Der ist auch kein Premier League. Den hier. Der ist auch kein Premier League. Fernandes. Lewandowski ist schon mal drin. Irgendwann ist er sowieso weg. Der Zürich. Ähm. Den hier. Son. Und. Ter Stegen. Holen wir hier One Piece Sucker. So. Das hatten wir 79. Da war hier jetzt keiner stärker. Oder? Oh, warte mal hier. Okay. Schon mal nicht schlecht. Was ist denn das Blau hier unten rechts bei dem? Das ist ein Leihspieler. Wartet mal. Oh, da müsste ja eine Zahl da draufstehen, oder? So wie hier bei KDB. Oder hier bei Dem hier. Ja. So sieht im Moment mein Team aus. So meine Bank. In Reserve. Würde ich sagen, war es das für dieses Video. Und bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.